Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen angespielt und zwar wurde Granny vorgeschlagen. Finde ich irgendwie nicht so geil, aber na gut, wir probieren es mal. Es sieht nach einem sehr kinderfreundlichen Spiel aus, muss ich sagen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was hier vielleicht irgendwie gruselig sein sollte oder ähnliches, deswegen schauen wir uns das mal an. Passt ja zu mir. Kennen wir hier. Spielertag einen Tag aus, solche Spiele. Ja, Granny bedeutet irgendwie Oma, ne? Granny? Granny bedeutet Oma. So, die Optionen. Dunkler, Extra Locks, Music Nightmare. Also es ist dunkler, es gibt extra Schlösser, die man anscheinend dann aufschließen muss. Ähm, Albtraum, ist dann einfach noch schwieriger. Okay, wir lassen es auf Medium. Und Difficulty können wir wählen, Practice, also Übung, Easy, Normal, Hard oder Extreme. Wir lassen es einfach mal auf Normal. Opportunity to get a Bonus Day. Also die Möglichkeit, dass wir einen Bonus-Tag bekommen können. Huh, ähm, die Granny bewegt sich schneller, also das heißt auf jeden Fall, sie bewegt sich. Zwei Extraschlösser im Hauptflur und der Dunkelmodus ist an. Na, hier sind ja extra Locks. Hard, da ist nichts von dem an. Granny bewegt sich ein bisschen schneller, ein Extraschloss auf dem, also Lock ist so ein, Dietrich, da kann man ja so ein Schlüssel, oder wo ein Schlüssel reinpasst. Ja, das ist schon, was ich meine. Na, einfach ein Schloss, ne? Klar. Äh, on the main, ach so, on the main door, nicht on the main floor, sondern on the main door. Ah, okay. An der Haupttür. Easy, Granny moves a bit slower, no creaking floors, also keine, keine knarzenden Flure, würde ich das einfach übersetzen. Und Practice, Granny is not home, now you can explore the house, but not completely free from dangers. Ne, wir haben ja gerade die Bärenfalle gesehen. Ich werde es einmal spielen, und wenn ihr mich einmal erwischt, dann ist es sofort aus, Leute. Tipp, be quiet, she hears everything. Okay, also sei ruhig, sie hört alles. Keep in mind that if you drop objects on the floor, it creates sound. Wenn man also etwas auf dem, auf dem Boden fallen lässt, dann macht es Geräusche, und das wird auch berücksichtigt. Press and hold the remove button and free yourself from beer traps. Okay, das sind Bärenfall, ne? Von denen können wir uns selber befreien. Hide under beds or in cabinets. Wir können uns unter Betten und, äh, Schränken verstecken. Wir haben fünf Tage. Benutze Kopfhörer für die beste Erfahrung. Geh, ihr könnt auf jeden Fall für das Spiel einfach mal eure Kopfhörer anschließen. Um meinen Sound noch genauer zu hören. Get out of there, you only have five days. All you need is in the house and be quiet, she hears everything. Granny is crazy, good luck. Okay, wir müssen also aus dem Haus entkommen. Dann ist das Ziel. Es ist schön, dass das Spiel wenigstens ein Ziel hat. Es gibt so viele Spiele, die, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich machen soll, ne? So, wir können mit W.A.S.D. schlafen, habe ich vorhin gesehen. Äh, die Maus brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wir gucken mal, ob wir sie brauchen. Und es geht los, Leute. Tag 1. Erleih mich so ein bisschen an Slenderman, ehrlich gesagt. Ach, du Scheiße. Dann ernst? Okay. Okay, okay, das war die Decke. Ah, je, je, je. Ich werde zum Nachhinein noch ein bisschen lauter machen. Das heißt, ihr... Leave... this house. Heißt, ihr werdet ein bisschen, ein bisschen, äh, lauteren Sound hören. Ich höre den jetzt nicht ganz so laut hoch. Ach, ich kann mich unter dem Bett verstecken. Oh, das geht ja schnell. Das ist super. Ähm, achso. Auf der, auf der linken Seite kann ich das nicht. Da könnte ich mich höchstens bewegen. Aber auf der rechten Seite ist, äh, sie hat ja die Maus, ja. Nein. Ach so, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ich wollte dieses beschissen Ding nicht fallen lassen. Ich wollte es einfach wieder hinstellen. I have to leave this house. Okay, aber man kann sich hier drin anscheinend nicht verstecken, weil wenn ich die Tür... Oh, ihr seid doof. Okay, man hat... Oh, so eine Vorwarnung. All das, das ist dann der Herr... Ach so, wenn wir die Dings runtergeschossen... Weil wir das Bild runtergemacht haben, hat die mich gehört. Boah, ist das eine kranke Hexe. Tür bleibst du offen? Danke sehr. Ja, das heißt, ich sehe, wo sie hingeht. Warum hat ihr eigentlich eine Weihnachtsmütze auf? Mit der Wand verstecken? Nein, kann ich nicht. Eine Melone. Verpiss dich! Ach so, ich kann die Tür wieder zumachen. Ich glaube, sie hat mich einfach gesehen, ne? Okay, jetzt kommt das mal Werbung. Oh, ist das ekelhaft, dieses Spiel. Vor allem sieht die so hässlich aus. Neues, ist nicht ganz Game Over. So, ich habe einen Tag da... Okay, sie steckt uns da immer kaut. Wir wachen im Bett auf, ne? Und, Alter, wenn das meine Großmutter wäre, ich würde ja einfach... Was soll ich denn nochmal machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich eigentlich noch nicht bemerkbar gemacht, ne? Ach, komm, leck mich doch, du blöde Kuh. Das kann doch nicht sein. Egal, wo ich hingehe, die kommt sofort. Nur weil der scheiß Flur geknarzt hat? So ein alt... Warte, schon mal im alten Haus gewesen? Da knarzt es immer. Egal, ob sich einer bewegt oder nicht. Das bin ich ganz blutig. Okay, jetzt geben wir es einfach richtig nix für mich. Okay. Man muss eigentlich... Eigentlich sollte man einen Tag 1, oder gerade wenn man das Spiel anfängt, mal so ein bisschen versuchen, ihre Routine nachzuvollziehen. Ach, guck mal, da ist übrigens das Hauptschloss. Ah! Wo kommt die denn raus? Ich habe mich bisher irgendwie nur tauschen lassen. Okay. Komm, lass uns am fünften Tag raus, aber, ne, das Game ist nix für mich. Aber ich kann mich da auch nicht langsam... Achso, ich kann nämlich auch kriechen. Vielleicht sollte ich mich einfach so bewegen. Das ist zwar super, das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Ja, 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 du Hexe, Alter. Komm rein, komm rein! Guckst du dämlich, wa? Äh, geh ich wieder. Hab zwar eingesehen, aber bin doof. Ah ja. Huch! Ich will zumindest mal das Schloss angucken, weißt du? I need a master key. Alter, da hat's... Naja, war ja klar. Oh, 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 what happened? Sitzt du im Auto drinnen? War ja klar Bye, bye Nein, nein Nein Da war ich doch aus, Alter Na ja, ja, ja Geh im Oberleck, leck mich am Arsch Gut Das heißt, wenn ich mich in den Schränken Verstecke Sie sieht mich trotzdem Sie macht das Ding auf und killt mich trotzdem Da sind überall Überall wird Sound generiert Wenn ich irgendwo langlaufe Ich habe nicht einen Schlüssel gesehen Aber die werden irgendwo sicherlich rumliegen Ich habe da einen Belohn Wahrscheinlich könnte ich auch einfach mal Den Sound andeuten Das habe ich dir nicht mehr lohnt oder so Oder das Bild in meinem Raum Und da werfe Dann lasse ich sie kommen Die Bär war ich zum Beispiel auch nicht gesehen Gut, dass ich in keiner reingetreten bin Keine Schlüssel habe ich gefunden Ich konnte nicht mehr eine Tür öffnen Ich habe gesehen, als ich mich im Schrank Versteckt habe Rechts war noch eine Tür gewesen Das heißt, es gibt mehrere Türen Ist ja klar, logisch Sonst wäre es ja ein bisschen zu einfach Aber er ist ja super krank Holy Shit Naja, das Game ist da eindeutig nichts für mich Wir haben es uns auf jeden Fall mal angeschaut Aber es ist nichts für mich Aber ich danke jedenfalls fürs Zusehen Das war es angewiesen Mit dem Angespiel zu Granny Das ist ja ein ziemlich kranches Spiel Die Olle ist ziemlich krank Und Die hat doch noch einen Baseballschläger Kilsi Der Fuck Das ist eine alte Oma Naja Gut, ne Wenn ihr so eine Oma habt Dann bei der Polizei anrufen Dürft ihr da durchaus Außer ihr seid eingesperrt Aber ihr geht ja nicht zur Schule Dann könnt ihr das trotzdem sagen Also Nicht verheimlichen Das ist nicht normal Möchte ich halt damit nur sagen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Wieder verangerspielt Vielen Dank fürs Zusehen Und bis dahin Ciao, ciao